So, ihr Arschgeigen, allen voran die, die meinen, wir wären tot oder es ist einfach nicht wert, weiterzuleben. An euch möchte ich dieses Video richten und zeigen, dass ich lebe. Ich lebe. Timo von Osten, oder eher gesagt geboren, Timo Eberhardt aus der Familie von Osten, wohnhaft am Vogeldriesch 1C in 52441 Linnig. Ich bin hier gerade auch, ja, das ist quasi unser zweites, nee, drittes Geschoss. Das ist das Dach hier, wo ich gerade die Sonne filme. Ja, also das ist erstmal so als kleiner Schrei, sag ich mal, als kleiner Schrei nach außen und Beweis, dass ihr uns nicht einfach so abschaffen könnt. Ja, das Video kursiert jetzt, es wird Zeugen geben, auf alle Ewigkeit, ja, dass ihr den lebenden Mensch, Timo von Osten, Timo Eberhardt aus der Familie von Osten, habt beseitigen wollen, falls ihr das macht. Ich würde es euch nicht raten, denn da, ja, das ist Gott, ja, nicht die Sonne direkt, aber alles, was ihr hier seht. Und auch ihr seid darauf angewiesen, und alles wird irgendwann auch auf euch hineinstürzen. Und dann müsst ihr euch erklären, nicht wir, die ihr uns ein Leben lang verarscht habt, ja, und dann später auch noch dafür, dafür anklagt. Und, ja, dass ihr auch wissen müsst, wenn es besser machen soll, ne, läuft nicht. Bis dahin, ciao.